warte mal warte mal ganz kurz ok sind wir ehrlich da wäre eh nie noch eine Folge gekommen das Ding ist eh durch das ist jetzt ja das ist jetzt ein Clip bei Craigspie PapaPlatte hat seine Let's Play Welt gemacht danke Craigspie für den Clip Digga lass uns wieder das Ding ist so dumm einfach 40.000 Views danke Craigspie für den Clip Bruder der Mann hat nichts gemacht außer auf Clippen zu drücken auf Download oder auf Hochladen Bro ich hab den Clip gemacht das sollte eher heißen danke PapaPlatte für den geilen Clip ihr Vollidioten mit Wolfgang Taggegrig Taggegrig Das war's.